und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten klember stein baus heute mal wieder mit einem mega set von mega und zwar die hhn 61 das pokémon jungle voyage wir haben hier 1362 steine verschiedene kleine pokémon drin und einfach so eine dschungel landschaft in der wir verschiedene kleine segmente haben und das schöne ist zu diesem set gibt es auch noch viele kleine erweiterung sets die man da ranstecken kann wir konzentrieren uns aber heute auf dieses große set die verpackung ist genauso gestaltet wie wir das von den mega pokémon set sowieso schon kennen wenn wir uns dann die obere seite anschauen finde ich das von oben schön gestaltet wir haben hier noch mal alle pokémon die mit dabei sind abgebildet die rechte und die linke seite vom karton sind nicht allzu spannend wir sehen aber auf der rückseite noch mal verschiedene erweiterung sets für das ganze und wir sehen eine funktion die dieses set generell hat dass man hier die pokémon auch bewegen kann da bin ich sehr gespannt drauf und dass man mit den pokémon eben auch noch ein paar kleine spiel features hat da schauen wir uns dann aber natürlich am fertig gebauten set an und entsprechend machen wir das ganze doch auf mega verpackungen zerstörungsfrei öffnen check und ihr seht schon das ganze ist gut gefüllt dann holen wir noch mal die ganzen schätzchen raus neben den steinetüten haben wir gleich zwei anleitungsbücher dabei wir haben die anleitung von bauschritt 1 bis 6 und wir haben die anleitung von bauschritt 7 bis 12 beide sind geklebt nicht klammergebunden die papierqualität ist hochwertig da gibt es überhaupt nichts zu beanstanden mega typisch wird nichts ausgegraut sondern alles weiterhin vollfarbe dargestellt und es wird mit so einer farbcodierung gezeigt wohin die steine platziert werden sollen in der ersten anleitung haben wir 170 bauschritte und in der zweiten anleitung noch mal 192 bis das ganze fertig gestellt ist natürlich gibt es auch wieder eine teile liste wie immer haltet euch das video gerne an der stelle an die euch am meisten interessiert die steine tüten sind absolut eindeutig gekennzeichnet und ich würde sagen schnappen wir gar nicht leider lange rum ich fange jetzt an zu bauen und wir sehen uns nach den ersten wichtigen bauabschnitten wieder naja denkst du zumindest wir sehen uns schon bevor ich überhaupt angefangen habe zu bauen denn schaut euch mal diese spannenden steine an das sind trans blue plates aber wir haben dort noch so eine art bemalung querstrich bedruckung drauf das finde ich ist auf jeden fall ein sehr sehr spannendes teil und hat sicherlich seine einsatzmöglichkeiten also gerade um das wasser zu bauen wird das richtig richtig gut aussehen zwei bauabschnitte sind vorübergezogen und wir haben bisher shiggys plansche becken gebaut mit den coolen teilen die ihr vorhin gesehen habt schade ist aber wir haben die größtenteils verbaut so dass von dieser optik dann doch relativ wenig zu sehen ist und auch in der anleitung sind die blauen transplates einfach normal gezeigt da ist jetzt nicht gezeigt wo diese verzierungen draußen und wie man die drehen soll am besten das finde ich ein wenig merkwürdig aber man kann sich auf jeden fall erahnen dass unter diesen anderen trends fließen diese coolen plates sind und wenn man von unten schaut sieht man es natürlich auch wir haben hier noch eine winzige behausung für shiggys gebaut hier schon mal den anfang des übergangs zu den felsen wir haben hier eine palme die steht auch etwas schief das finde ich eigentlich ganz nett gemacht und auch die zäune und die verzierungen also das sieht wirklich schick aus auch diesen farbverlauf am strand dass das alles nicht so eintönig ist das gefällt mir auch ziemlich gut die shiggys figur ist ein mix aus schönen prints und gebaut ich muss aber sagen sie ist natürlich sehr sehr klein dargestellt und ohne noch mehr formteile ist das wohl das maximum was man aus shiggys in diesem maßstab rausholen kann ich finde es sieht auch gut aus und man erkennt es auf jeden fall auf den ersten blick aber man muss natürlich optisch zum vorbild trotzdem abstriche machen ich halte es mega aber auf jeden fall zugute dass es eben nicht nur formteile sind sondern man hier auch wirklich etwas baut und die prints sind richtig richtig schick ihr habt ja auch schon den print hier bei der behausung von shiggys gesehen dort haben wir ja noch einen pokeball und hier seht ihr auch schon das spielfeature dass wir mit shiggys haben da bin ich mir aber nicht so sicher ob das wirklich meinen geschmack trifft denn wir können shiggys auf diese plattform stellen und dann drehen und dann sind diese trans teile diese einer trans teile einfach nur dazu da um weggeschleudert zu werden was dann wohl ein planschen darstellen soll mein problem damit ist man kann die trans teile nicht befestigen dann funktioniert ja diese funktion nicht mehr und wenn man sie so benutzt wie sie gedacht sind dann sind die super schnell weg und wir haben in diesem set insgesamt sechs von diesen trans teilen wenn das wirklich bespielt wird dieses set gebe ich euch brief und siegel mit dann sind nach sagen wir mal zwei wochen spielen mit diesem set diese trans teile weg die spielfunktion hat es mal so nicht unbedingt angetan man kann das ganze aber natürlich auch ohne die trans teile machen und die nur so hier drehen lassen und planschen lassen dann ist das natürlich auch okay ich für mein teil werde diese trans teile jetzt hier noch in dem see verbauen damit sie einfach nicht weg kommen können auch für die ersten zwei bauabschnitte hatte ich hier auf jeden fall viel spaß damit ich bin gespannt wie es weitergeht halbzeit nicht nur von den anleitungen denn die erste anleitung ist jetzt durch sondern auch von den bauabschnitten denn der sechste bauabschnitten ist nun hinter uns gebracht und auch das zweite modul von vier ist gebaut ist doch schön wenn es immer so gut aufgeht das zweite modul hat sehr sehr viel spaß gemacht muss ich sagen wir haben dort diesen felsvorsprung mit wasserfall gebaut da ist auch noch ein kleines spielfeature drin hier vorne dann ein schöner angedeuteter fluss gefällt mir sehr gut besonders durch die speziellen teile die wirken zwar teilweise durch diese bedruckung sehr milchig das könnte auf den ersten blick billig wirken aber ich finde wenn sie dann verbaut sind dann sieht man genau warum man diese farbverlaufs variante hier gewählt hat und dann sieht es einfach nur hervorragend aus auch die umgebung darum sieht natürlich wieder sehr nach videospiel aus das ist es ja auch gewissermaßen videospiel querstrich anime und dementsprechend passt das so auch sehr gut zusammen aber es ist auch wieder für so ein spiel sehr detailreich geworden wenn wir uns das ganze von hinten anschauen dann seht ihr hinten auch schon mal das spielfeature das wir gebaut haben wir haben hier eine verbindung an die wand ein ich nenne es mal schubser und die verbindung geht dann auch bis hier oben an den gebauten griff und in diesem wasserfall lauert kabuto und wenn wir dann dieses spielfeature betätigen dann kommt er hier so rausgeschossen und fliegt natürlich auch direkt von meinem tisch naja das muss er aushalten es ist ja schließlich ein spielset und auch kabuto ist wieder ein mix aus drucken und bautechniken ich finde der ist noch mal besser gelungen als shigi aber ich denke die form eignet sich auch einfach besser für klemmbausteine und natürlich auch schön die augen aufgedruckt wir haben beinchen mit denen kabuto auch einfach so stehen kann etwas wackelig denn er ist ja kopflastig aber er kann stehen und wir können ihn auch sehr sehr gut wenn wir nicht im wasserfall haben wollen hier auf ein trance teil setzen um das kabuto außerhalb des spielbetriebs auch gut präsentieren zu können wenn man das ganze vielleicht doch als großer bauer gerne in seinem regal als deko set haben möchte bis hier habe ich wirklich achtung wortspiel mega viel spaß ich habe aber auch schon einen kritikpunkt den werde ich euch dann aber ganz am ende verraten denn vielleicht ändert sich daran auch noch etwas das werden wir dann gleich sehen aber von dem grundsatz als spielset ist das bisher richtig richtig gelungen und ich hoffe dass es genauso weitergeht der dritte bauabschnitt ist vorüber und wir gehen wirklich mit sehr sehr schnellen schritten auf das ende zu das macht bisher schon wirklich richtig spaß und im dritten bauabschnitt haben wir oben smedbo gebaut den schauen wir uns gleich noch mal aus der nähe an denn den seht ihr momentan in dieser ansicht natürlich nicht so gut wir haben hier eine schöne treppe gebaut noch mal ein wenig landschaft auch noch weitere felsen und ich nehme das modul mal ab denn hier drin versteckt sich auch noch ein super ball natürlich auch dieser wieder mit schicken drucken hier oben die verlängerung des wasserfalls wir haben diesen sehr spärlichen baum auch hier oben wieder schön bedruckt und überall am set haben wir so ein paar lianen runter baumeln das gefällt mir aber sehr sehr gut und gibt dem ganzen noch mal etwas leben smedbo an sich ist dann hier beweglich auf dieser konstruktion gelagert man kann ihn also drehen das ist auch wieder so ein spielfeature die frage ist braucht man das unbedingt ich glaube für ein kind ist es dann noch mal cooler wenn man smedbo einfach abnimmt und so mit dem kollegen ein wenig durch die gegend fliegt und einfach damit spaß hat und ich muss sagen rein vom aussehen ist smedbo bisher wirklich am besten gelungen die flügel sind aus einem plastik also kein stoff wir haben wieder einige schöne drucke da wiederhole ich mich vielleicht und ich finde es auch schön dass dieser wieder viel über bautechniken gelöst wurde also smedbo ist wirklich sehr sehr schick geworden und wenn einem die positionierung hier oben nicht so gut gefällt ist ja das schöne man kann das umbauen wie man möchte denn das ganze ist einfach nur auf einer teil modified befestigt wo das reingesteckt wird und die kann man natürlich auch genauso gut einfach hier unten befestigen oder wo auch immer man lust hat und das zieht sich auch durch dieses set denn wir haben ja immer an diesem set dieses sie klemms und die aufnahmen dazu gerade habe ich es euch ja nebeneinander gezeigt aber in der anleitung wird erstmal direkt eine andere version gezeigt die mir auch sehr gut gefällt so macht nämlich die verlängerung von dem wasserfall auch nochmal mehr sinn man kann das ganze auch so hier zusammenstecken das geht auch wirklich einfach und dann würde man das ganze eher in einer viereckigen form bauen und eben nicht unbedingt als fassade je nachdem wie viel platz man vielleicht zur verfügung hat oder welche art von platz also ein regalbrett oder ein regal was auch eine gewisse tiefe hat kann man sich das also modifizieren wie man möchte und das ist ja auch wieder eine große stärke von klemmbaustein und auch in dieser ich nenne es mal vierecksform gefällt es mir sehr sehr gut übrigens genau wie die treppe also die treppe ist richtig schick schön detailreich gebaut das kann mega sehr gut und damit ist unser pokémon dschungel abenteuer auch schon fertig das letzte modul was wir jetzt gebaut haben nehme ich gleich mal ab damit wir uns das aus der nähe auch noch anschauen können und zwar sind wir auch beim vogel thema mit dabei denn auch das letzte pokémon das wir gebaut haben ist auf jeden fall super super niedlich und wieder ein schöner mix aus gebaut und bedruckt und wir haben auch eine kleine funktion denn wir haben hier einen ausgehöhlerten baumstamm hier hinten können wir das ganze vorschieben ganz einfach gebaut und dann können wir es raus und rein fahren sehr sehr schön und wie gesagt simpel umgesetzt und noch cooler wird es dann natürlich wenn wir oben noch diesen print sehen das ist wirklich ein hammer print schaut euch mal an wie gut die linien miteinander passen und ich kann es euch sagen die sind einzeln drin gewesen ich meine gerade bei kobe ist es ja zum beispiel dass man da öfter zusammengebaute teile bekommt die dann zusammengebaut geprintet werden damit wir hier nicht große übergänge haben und es kann natürlich sein dass das auch in der fabrik zusammengebaut wurde beprintet wurde und dann wieder auseinander genommen wurde aber die lagen einzeln und dafür ist das eine richtig richtig gute qualität super übergänge einfach ein toller print noch mal ein highlight in groß dieser print den wir ja auch schon hier in klein auf den bäumchen drauf haben sonst ist der letzte teil hier relativ unspektakulär und ich stecke ihn jetzt auch einfach wieder ran und auch für diesen gilt man kann den auf verschiedenste arten hier ran stecken also ich finde gerade diesen gedanken von gestalte es dir selbst wie du es möchtest haben sie hier toll umgesetzt und wenn wir unsere baureise jetzt noch einmal revue passieren lassen dann haben wir angefangen mit einem eher kleineren modul mit shiggy und seinem kleinen unterschlupf das war schon ein wirklich schöner anfang gerade durch die tollen wasserteile und auch schon die prints die dabei waren und auch shiggy ist durchaus gelungen die spielfunktion die finde ich persönlich nicht super gelungen aber man kann da natürlich auch mit der figur an sich ja schon spielen ohne dass man dieses drehfunktionsteil mit dem herumschleudern von den einer plates benutzt dann haben wir als zweites modul kabuto und seinen wasserfall gebaut auch das eine wirklich sehr spaßige angelegenheit meiner meinung nach ist das auch richtig schön geworden und wir haben die funktion bei der wo kabuto hier rausschleudern können indem wir den wasserfall nach vorn öffnen nach dem wasserfall mit kabuto ist mein optisches lieblingsmodul dann das modul mit smedbo ich habe den jetzt wie schon angekündigt noch mal ein wenig umgesetzt die magie der klemmbausteine und als letztes haben wir noch mal ein kleines entspanntes modul noch mal mit so einem highlight print was sich einfach sehr sehr gut in das gesamte set einfügt und so steht das set am ende da als ein schönes display set zumindest für leute die vielleicht mit pokémon aufgewachsen sind und sich das auch gerne ins regal stellen würden aber auch als spielset mit vier pokémon ich hätte vielleicht noch ein zwei pokémon mehr am liebsten drin gehabt gerade auf so ein großes set aber jedes pokémon hat hier so seinen eigenen bereich seine eigene spielwelt und damit kann man sehr sehr viel anfangen und ich finde dieses set ist super um kindern zu zeigen wofür klemmbausteine einfach stehen für modularität für spiel spaß und eben auch für die erwachsenen sogar noch mit einem gewissen display faktor dafür sorgen natürlich die hochwertigen drucke und auch die schönen wasserteile die mir hier sehr gut gefallen haben auch die spezialteile die mega ja sowieso hat haben mir sehr sehr gut gefallen mir gefallen die palmen die liebe fürs detail auch wenn es wie eine computer spielwelt aussieht ist diese dann für eine computer spielwelt sehr sehr detailreich ausgearbeitet jetzt könnte man natürlich denken alles perfekt aber alles ist nicht perfekt mich hat zum einen ein wenig die steine qualität gestört mir sind die steine zu hart gewesen sie haben sich teilweise relativ störrisch verbauen lassen und gerade bei diesen platte auf platte konstruktion hat mich das gestört und ist teilweise beim verbauen unangenehm gewesen es hat nicht jeder einen mold kinghammer oder ein ähnliches werkzeug zu hause um das so zusammenzubauen deshalb kann ich mir vorstellen dass das ein paar leute stört und gerade für die leute die das ganze als display nutzen wollen fallen natürlich diese fetten weißen anguss punkte auf die wirken teilweise so als hätte man das gewaltvoll abgerissen und das sieht einfach nicht wirklich schön aus gerade bei dunkleren teilen fällt das sehr auf und man kann einfach die teile nicht immer so drehen dass der anguss punkt versteckt ist es ist also bei weitem nicht die beste steine qualität die ich hier hatte und auch nicht die beste steine qualität die ich jemals von mega hatte aber es ist alles ordentlich baubar da braucht man sich auf jeden fall keine sorgen machen ich finde den ansatz die pokémon nicht als formteil oder als ein großes formteil reinzulegen sehr gut man hat hier einen schönen mix zwischen bauen und drucken und das sieht alles am ende hochwertig und schön aus und hat auch im bau spaß gemacht weil man sich doch hin und wieder gefragt hat wie bekommen sie denn jetzt diesen richtungswechsel hin um ein pokémon hier so darzustellen für mich spricht gegen dieses set absolut nichts außer auf den ersten blick der preis denn dieses set hat eine uvp von knapp 130 euro und 130 euro dafür ist es mir fast zu wenig versteht mich nicht falsch wir haben viele drucke eine tolle druck qualität und auch die ausgefallenen teile auf 130 euro müsste für mich die steine qualität auf jeden fall noch ein stückchen besser sein jetzt ist aber der nächste punkt wir bezahlen hier nicht mehr 130 euro für dieses set wir bezahlen hier viel 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 weniger ich habe es euch am anfang eingeblendet und das ist dann eine absolute kaufempfehlung für den preis den man momentan auf amazon dafür bezahlt denn dieses set bekommt man stand jetzt wenn ich dieses video aufnehme für 43 euro auf amazon ich habe es selbst sogar noch für 2 euro teurer für 45 euro gekauft und wenn wir das dafür bezahlen für die steine anzahl in dieser qualität dann kann man hier überhaupt nichts falsch machen wenn man mit dem pokémon thema etwas anfangen kann ich verlinke euch das set auf jeden fall unten in der beschreibung und wir haben auch noch einige aussatzteile dabei das kann nie schaden gerade bei den kleineren teilen wenn mal etwas weg kommen sollte ich hatte sehr viel spaß mit dem set und bin mir sicher ihr werdet auch mit diesem set spaß haben und gerade bei so einem guten deal lohnt es sich auf jeden fall mal reinzuschauen wenn ihr natürlich dieses set selber besitzt dann schreibt immer gerne eure meinung dazu in die kommentare und wenn euch das video gefallen hat lasst gerne einen daumen nach oben und abo daumen zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag haut rein auch ja veli prig